Ich habe im Mai 2020 das Haus gekauft und habe zwei Jahre renoviert. Erst natürlich im Herrenhaus und dann hier hinten im Wirtschaftsgebäude. Ich habe letztes Jahr hier dann das Geschäft und die Kreativwerkstatt eröffnet. Zum Beginn habe ich natürlich angefangen das Herrenhaus zu sanieren und zu restaurieren. Es gab nur ein Plumpsklo, ich musste ein Bad einbauen lassen, der Kamin musste saniert werden, die ganzen alten Kachelöfen. Der Stall hier hinten sah natürlich wirklich aus wie ein Stall. Die Hülle ist geblieben und aber es musste ja gedämmt werden und eine Pelletsanlage wurde noch installiert. Also die Reha hat mich wirklich sehr gut unterstützt. Wir haben uns zu Baubeginn oder zu den Umbaumaßnahmen haben wir uns einmal im Haus getroffen. Es lief wirklich alles sehr unkompliziert und reibungslos. Die finanzielle Unterstützung, das Geld ist wirklich unkompliziert eingegangen. Das waren natürlich Beträge, die mir sehr sehr geholfen haben bei den ganzen Umbaumaßnahmen. Beträge, die mir sehr geholfen haben. 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 Beträge, die mir sehr geholfen haben.